Was machen nach dem Abi? Das magst du dich fragen, wenn du kurz vor dem Abi stehst oder vielleicht gerade das Abi gehabt hast. Eine Möglichkeit wäre, geh mal ein paar Monate oder ein Jahr in einen Yoga-Vidya-Ashram. Werde Teil der spirituellen Gemeinschaft. Meditiere jeden Tag über Asanas und Pranayama jeden Tag und sei Teil der Gemeinschaft und hilf in der Küche, im Haushalt, im Internet, in Assistenz beim Unterrichten. Werde dabei Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerin. Wenn du nicht weißt, was du tun, was du machen sollst nach dem Abi, mach doch mal ein Jahr Yoga in einem Ashram. Wenn du dort mindestens dich vor ein Jahr verpflichtest, bekommst du auch ein Taschengeld, du hast Krankenversicherung und so weiter. Und die meisten Menschen, die zu Yoga-Vidya kommen nach dem Abi mal vor ein Jahr, haben danach Zugang zu ihrer inneren Intuition, die ihnen dann sagt, was sie langfristig machen sollen. Mehr Informationen unter www.yoga-vidya.de-gemeinschaft